Hallo YouTube, euer Kerge ist am Start und hat die Aufnahme versemmelt. Ja. Ja und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Aufnahme Let's Play Forza Horizon 2. Wie bereits gesagt, kleines Problemchen. Ich habe während dieser Folge nämlich, also nach dieser Folge, die Tonaufnahme beendet und dann neu gestartet, weil ich dachte, ich habe es dann mit dem Synchronisieren leichter. Und, äh, naja, ist alles in die Hose gegangen. Die Aufzeichnung für diese Folge ist weg. Das heißt, ich dürfte die jetzt eigentlich nachkommentieren, was ich aber eigentlich auch irgendwie nicht möchte. Vor allem, ich habe da gelabert während der Fahrt über, ähm, über alles mögliche, über ein Festival, auf dem ich war und so weiter. Ja, ähm, gut, deshalb jetzt die, äh, die Lösung, die ich euch vorschlage. Vorschlag zur Güte, wir machen hier eine Sonderfolge draus, die ist mir etwas kürzer. Das heißt, ich schneide hier runter auf so ein paar Impressionen dessen, was passiert ist. Am Ende seht ihr noch das Tuning, das wir gemacht haben und das erste Rennen. Müsste, glaube ich, auch in dieser Folge hier sein, das seht ihr dann komplett. Und dann endet diese Folge und die nächste haue ich dann auch direkt heute noch mit hinterher. Ja, wie gesagt, ist leider alles nicht, äh, ganz so geworden, wie es sollte, aber, naja, gut, ich würde sagen, wir machen einfach das Beste draus und freuen uns auf ein paar Rennen, auf ein paar kommentierte Rennen dann in der nächsten Folge, okay? Gut, dann lasse ich euch jetzt einfach mal mit diesen Impressionen hier allein und sage, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr guckt euch hier noch ein bisschen was an. Ansonsten, wie gesagt, nächste Folge haue ich auch direkt mit raus. Da ist dann Commentary. Und sonst, ja, bis dahin. Ciao. Euer Kerkel. Und bitte verzeiht mir, ich lerne ja noch. Okay, du hast es geschafft. Lass uns vorher noch ein bisschen Party machen, bevor wir morgen unsere Autotour fortsetzen. Okay, du hast es geschafft. lau. ув cho Byeuk Drugge guck 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihnen stehen einige Wheelspins zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, das hier ist die Cult Classics Meisterschaft. Ich hab die Startaufstellung noch nicht gesehen, aber bislang war es immer bunt gemischt. Ein absoluter Publikumsliebling. Wähl das Rennen aus, mit dem du anfangen willst. Glückwunsch, du hast den Top Bargeldpreis abgeräumt, warum kaufst du dir nicht im Autosalon was dafür? Die Das war's für heute. 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 Gut gemacht.